Ja, wir hatten heute hier auf dem Corporate Learning Camp in Frankfurt die Live Session des Corporate Learning 2.0 MOOCs. Es ist aber Freitag um 14 Uhr, gibt es zum jeweiligen Wochenthema eine Live-Übertragung. Und wir haben uns da gedacht, nachdem das Corporate Learning Camp da viele sind, die sich vielleicht auch im MOOC eingeschrieben haben, machen wir das direkt hier live vor Ort, nicht aus den Büros der Leute. Wir hatten eine kleine Sofaecke aufgebaut und im Prinzip den Leuten ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Es hat der Karl-Heinz Pape und der Herr Kummer von ÖAMTC gesprochen. Und wir haben auch ermöglicht, dass die Leute sich mit aufs Sofa setzen können und Fragen stellen können. Also nicht wie üblich per Chat, sondern eben direkt am Sofa. Um das zu ermöglichen, hatten wir hier vor Ort so ein mobiles Equipment, zwei so Intel NUCs. Da sind i5-PCs drin, also einigermaßen leistungsfähig, trotzdem transportabel. Mit dem wir uns in Adobe Connect eingewählt haben. An beiden NUCs hing so eine kleine handelsübliche Webcam dran, eine Logitech C29, die uns weitwinklig und mit guter Kalt-Size-Glas-Optik das Bild geliefert hat. Dann entsprechend halt noch Funk-Mikrofone dran. Und so konnte man das im Prinzip machen. Ich selber war in der Regie, habe auf den Chat geschaut in Adobe Connect und konnte dann über ein weiteres Mikrofon sozusagen Fragen mit einmoderieren. So kann man so ungefähr amateurhaft das machen, was man von Hard Aber Fair und so Talkshows im Prinzip kennt.